Und falls sich diese Yildiz meldet, erzählst du mir sofort, wie sie so ist, okay? Offen, kinderlieb, vielseitig interessiert, sie kocht gerne und ähm... Kennst du noch? Sie ist eine schlechte Autofahrerin. Hi, ich bin Yildiz. Freut mich. Darf doch du sagen? Ja klar, auf jeden Fall. Ich bin Timo. Hey. Hey. Hey.